Das Sonnengegen, weil mich halt nirgends spiel Es ist endlich soweit, meine nächste Nummer kommt raus, sie heißt Das Sonnengegen und es geht um den Sommer, es geht um den Urlaub fahren, es geht um endlich einmal abschalten zu können, weil wer kennt das nicht, man hat irgendwann genug, man will einmal ausbrechen, man braucht Zeit für sich selber und genau darum geht es in Das Sonnengegen ab 10. Juli. Das Sonnengegen, weil mich halt nirgends spiel